So, ich habe mal wieder ein bisschen was gebastelt. Wollen wir mal schauen, was haltet ihr denn davon? Eko, begrüßt den König. Brummt noch ein bisschen. Eko, erzähle einen Witz. Noch nicht so ganz zuverlässig. Eko, erzähle einen Witz. Ich habe schon vom Restaurant meines Vaters auf den Mond gehört. Nein. Aber es hat keine Atmosphäre. Uuuuh, der war gut. Eko, wie lange fahre ich von Oberursel nach Frankfurt? Oberursel am Taumus aus, um nach Frankfurt am Main zu fahren. Bei gegenwärtiger Verkehrslage benötigst du etwa 23 Minuten. Super, das sind wir im Meer. Eko, sprich, klingonisch. Klingonisch, sobald die Klingonen gelernt haben, die Grenzen zu respektieren. Okay. Gute Idee, oder? Kann man bestimmt noch ein bisschen verbessern. Es sind jetzt erst die Anfänge und ich finde es lustig.